Alles, was man über Hausaufgaben wissen muss. Mein Hohn hat meine Hausaufgaben gefressen. Für den ganz dramatischen Fall, dass dein Sim seine Hausaufgaben verliert, drück auf ein Bücherregal oder auf einen Computer und dann auf Bücher kaufen. Hier oben könnt ihr dann auf Hausarbeiten drücken, die müsst ihr dann aber bezahlen. Aber so einfach hat dein Sim seine Hausaufgaben zurück. Super speedy Hausaufgaben machen. Kinder machen bei Sims 4 ihre Hausaufgaben in einer In-Game-Stunde, das geht aber noch viel schneller. Wenn dein Kind Level 3 bei Soziales, Kreativität und Mentales hat, erledigt es die Hausaufgaben ein klein bisschen schneller. Aber hat dein Kind Level 7 von diesen Fähigkeiten, dann geht es so richtig auf und erledigt die Hausaufgaben in 15 In-Game-Minuten. Teenager brauchen für ihre Hausaufgaben ganze 4 Stunden. Wow. Doch wenn ihre Eltern ihnen bei den Hausaufgaben helfen, dann brauchen sie nur noch die Hälfte der Zeit. Noch ein zusätzlicher Tipp mit dem Grundstücksmerkmal Lernort. Erledigen dann ist es ihre Hausaufgaben noch schneller.